Hohe FC Kankow! Hohe FC Kankow! Hohe FC Kankow! Herzlich willkommen zur fünften Staffel von Ganz oder gar nicht, die FCM Fragerunde. Heute zu Gast unser Neuzugang, Falco Michel. Hallo. Grüß dich Falco. Hi. Starten mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Freiburg oder Stuttgart? Freiburg. Freiburg oder Dortmund? Freiburg. Freiburg oder Magdeburg? Auch Freiburg. Warum? Es ist meine Heimat, ich bin da aufgewachsen, meine Familie wohnt da, meine Freunde wohnen da, deswegen immer noch Freiburg. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Sommer oder Winter? Sommer. Warum? Es ist wärmer, es ist besser. Lieber selbst den Ausgleich erzielen oder die Vorlage zum Sieg geben? Vorlage zum Sieg. Wenn du sofort eine Fähigkeit erlernen könntest, welche wäre das? Ich glaube, alle Sprachen sprechen. Wer ist der größte Sportler aller Zeiten? Lionel Messi. Warum? Für mich ist er der beste Spieler, der jemals Fußball gespielt hat. Und allgemein im Sport? Für mich Kobe Bryant. Warum? Es war schon länger mein Vorbild, hat mich sehr inspiriert, seine Art, wie er ist. Zentrales Mittelfeld oder Außenbahn? Zentrales Mittelfeld. Warum? Ich habe eigentlich schon mein ganzes Leben da gespielt. Es ist nur in Dortmund das letzte Jahr. Und ja, es macht mir mehr Spaß. Was war das Erste, das du dir von deinem eigenen Geld gekauft hast? Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Bestimmt irgendwelche Klamotten oder Schuhe oder so. Und was möchtest du unbedingt noch erreichen? Ich will Bundesligaspieler werden und ja, das ist so mein grobes Ziel. Alles klar, das war's. Danke. Danke.